So ihr Lieben, wir sind in Waileim, Oberbayern. Wir haben ein italienisches Event. Schau dir mal, wie schön. Hier ist die Juicy. Hallo, ich freue mich riesig hier sein zu dürfen. Es ist viel los, wie ihr seht. Und ich bin wieder fit, falls jemand interessiert. Ich war ziemlich krank. Und jetzt bin ich topfit und wir rocken das Ding, oder Toni? Jawohl, wir rocken das Ding. Hier ist der Angelo. Hier ist die Anja. Und hier ist die ganzen Leute, die 2000 Leute sind hier. Mit italienischem Genuss. Hier ist unsere Bühne. Da vorne sind die Techniker. Und später gibt es noch ein paar Liveaufnahmen. Ja, hier ist Toni. Und hier ist Juicy. Ciao. Hey, hey. Schönen Abend. Neue Musiker, Toni. Ja, ich weiß nicht mehr.